Komm schon! Rein, rein, rein! Boah, ist so unnötig! Oh man, ich hab voll wenig Muni! Ah, ich hab noch genug! Kala! Hinter dir! Toll! Ich hab den Kling in die Eier geschossen! Geh! Los! Und! Fuck! Alter, wie eklig! Wenn man einmal im Feuer drin ist, kommt man nicht mehr raus! Ach! Ey! Okay! Die Checkpoints sind so schlecht gesetzt worden, Alter! Wenn ich nur wüsste, wie du sie nach hinten schwellerst, Alter! Ist doch scheißegal jetzt! Na, lass die! Lass die zu! Jetzt kann die geil! Ja! Ja! Schlag mich halt öfter, Alter! Schlag mich halt öfter! Okay! Dieses Viech läuft einfach so durchs Feuer, Alter! Los! Die Startkammer wird eingeleitet! Bitte die Startkammer vollständig räumen! Bitte die Startkammer vollständig räumen! Bitte die Startkammer vollständig räumen! Kommst du? Ja! Einfach durch... Ich schaue, ne? Komm hier rein Okay, ist ja okay Wenn man die Viecher zweimal starst, sind sie genauso wie starst wie in Dead Space 2 Wo man nur einmal starsten musste So, pass auf Und ich bin wieder da drin Warum nicht da rein, du weißt doch wo das ist Eben nicht, ich vergesse das immer Du wolltest auch schwer spielen Hat ja nichts mit schwer zu tun, auf normal wäre ich auch verrenkt Das macht mir grad so Sorgen Was denn? Dass du selbst auf normalem Hättest verrecken können Das ist Feuer, Junge Da wird man geröstet, da stirbt man immer Geh weg, du Viech Lass es geröstet werden Nicht, nicht, nicht Es wird jetzt geröstet Das ist gut Los Ich bin schon unten Ich glaube, bei Dead Space 2 konnte man die Viecher mit Feuer killen Ich glaube, bei Dead Space 2 konnte man die Viecher mit Feuer killen Mit dem Flammenwerfer konnte man die killen, glaub ich Mit dem Flammenwerfer konnte man die killen, glaub ich Wow, wow, ganz gut Okay, durchlaufen Jetzt kommt da unten gleich einer So der Arm ist schon mal ab Ja das Fisch Ne doch nicht Das ist nicht mehr mit Feuer Stirb ey ist doch kacke Mit Feuer sollte eigentlich jedes Fisch der Erde sterben Beziehungsweise überall Kacke hilf mir Du bist nicht tot Du weißt doch das der Feuer ist Dieser Vollidiot von Alien hat mich da reinbacken lassen Okay wenn wir es jetzt nicht schaffen, brechen wir das jetzt mehr ab Hehehe Kein Fall Das hätte Spul genommen Nein Nicht durch Fuck Lauf 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 Im Nahkampf kann man die Fische einfach nicht killen Ja toll Lauf einfach Kann ich durch das Feuer Startprotokoll wird eingeleitet Ich kann nicht durch Bitte die Startkammer vollständig räumen Bitte die Startkammer vollständig räumen Beginne mit Systemcheck Oh man Dieses Ding hat mich einfach nicht durchlassen wollen Äh gelassen Hiermit ist das Let's Play beendet Nein Halt's ab Digger Let's Play Wird beendet Ich werde alles tun damit das beendet wird Ich beende das jetzt Fort Sizing Die Viecher haben einfach mehr Leben als der fucking Katze alter das ist so krank Komm jetzt Warte Alter willst du mich verarscht du kannst immer noch nicht durch Jetzt kann ich durch Bitte die Startkammer vollständig räumen Bitte die Startkammer vollständig räumen Beginne mit System Boah Gleise Fahrstuhl ist da Los 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 Chill mal Junge das Ding wird erstmal geröstet Das Ding kann nicht geröstet werden Das Ding kann nicht geröstet werden Das Ding kann nicht geröstet werden Ja pass auf Ich sterbe nicht ich hab HALF POTS benutzt diesmal Ich sterbe nicht ich hab HALF POTS benutzt diesmal Dein Ernst Wenn du im Feuer bist Einfach Q drücken So krass du kannst ok So krass du kannst ok Na kommst du zurecht Ja Na kommst du zurecht Ja Du musst ihm zweimal in die Fresse schießen mit Stase Du musst ihm zweimal in die Fresse schießen mit Stase Ja Du musst ihm zweimal in die Fresse schießen mit Stase Dann braucht er Ewigkeiten Nein Dein Ernst alter Schon wieder werde ich angestuppst Mal warum können die mich nicht in Ruhe lassen Können die nicht lesen alter Ja Wow 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 Ich schaff's Ich schaff's noch Das wäre auch bisschen scheiße wenn du es nicht schaffen würdest Oh ich bin da Wenn du jetzt Upsa Komm her Oh mein Gott Kevin Oh mein Gott alter Warum schießt du das Ding auch zurück man Alter der war hinter mir und hat mich angegriffen Na und lauf einfach weiter Diesmal bleibst du vorne ok Ich bleib hinten du vorne Geh vor Geh vor 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 Die scheiß Teile können dich von mir aus rösten äh angreifen Aber du darfst nicht im Feuer stehen Was machst du? Bleib cool So So Startprotokoll wird eingeleitet Bitte die Startkammer vollständig räumen Bitte die Startkammer vollständig räumen Beginne mit Systemcheck Das Spiel ist so abgöttisch stressig Dann Du kannst nicht Entschluss Du kannst nicht Den Du kannst nicht Plan Bei euch Den Teil Teile abgeschossen. Schon wieder Stase. Zweimal. So, warten. Und du gehst vor. Vor, vor. Renn einfach. Renn, 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 renn. Los. Los. Nee, ich, beim nächsten Mal. So, ich hab jetzt meine Ruhe und kann durch. Nein. Chill mal, ich bin nicht so wie du. Das ist direkt die ganze Zeit. Der Dax in die Fresse bekommen und ist umgefallen. Verriegelt, dein Ernst. Sollt man da durch, hä? Das ist verriegelt. WTF? Nein, wir... Oh nein, Alter. Wir müssen da rein. Gut. Ja. Sag, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Go, go, go. Wenn das Schleusentor klemmt, wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet... Verstammt! Welches Schleusentor, was lauerst du? Ja, da, los. Äh. Chill mal, ganz ruhig bleiben. Chill mal. Das ist voll die fucking Stresssituation. Alter, benutzt mal B, Alter. Richtig unnötig. Okay, go, go, go. What the... Was ist denn hier los? Oh, nein! Nein, ich hab keine Medipacks mehr! Nein! Kann nicht sein. Egal, ich denk mal, das hat gespeichert. Wenn nicht, dann ist das echt dumm, was die da machen, Alter. Dann bitte, 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 bitte nicht. Ja, toll. Weißt du, wie kann man so scheiß Checkpoints setzen, Mann? Was ist das denn? Das ist zu geil, oder? Verreck, verreck, so fast. So, ich hab dem Viech alles abgeschossen, was man ihm abschießen konnte. Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Ich hab keine Stasi mehr. Äh, ich hab noch. Hast du jetzt auch wieder Vollstasi? Ja, hast du. Boah! Renn! Bauchstuhl ist da. So, ich hab dem überall hingeschossen. Aber ey, ihr müsst wirklich zugeben, das ist echt schwierig, diese Situation hier. Ja. Wirklich einfach cool, die ganze Zeit. Da ist er. Er ist da! Los! Ja, war Munition, das hätte ich mitnehmen können, Schatz. Los! Das Unnötigste ist, wie viele von diesen unendlichen Viechern da sind, die man nicht killen kann. Richtig unnötig, man. In Dead Space 2 sind nur ein einziges Mal vorgekommen. Wack da! Fuck! Komm rüber, Mann! Komm doch rüber! Hier rüber! Hier chillen! Und hier rüber! Ganz chillig die Teile hier nehmen! Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. In Bearbeitung, ey. Will der mich ficken? So, ganz ruhig bleiben jetzt. Wie üblich. Alter, meine Waffe ist so cool. Ich hab so wenig... Nee, das ist klar, Digger. Sieht nach militärischer Munition aus! Ich versuche es auszuholen! Nicht dein Ernst! Ernsthaft? Alter, wie cool! Isaac, das hat ihr seit jede Minute starten! Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder! Jetzt sind sie nicht mehr so stark! Ich versuche ihn so schnell wie möglich freizubekommen! Alter, wie viel gibt es denn von den Viechern? Ach, die sind normale Necromovs! Oh Gott! Der finale Countdown hat wir gotten! Isaac! Ich bin voll stark! Let's the final Countdown! Alter! Da la la, da la la, da la... Da la la die dah... Da la 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 la... Da la la, da la la la... Da la la la, da la la... Da la la... Oh no! Oh nooo! JAAAAAA! Erfolgsfrei gestalten. Kritische Masse! Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Oh, hehehehe. Du verstehst. Oh nein, hinter dir ist ne Mine, ne? Cool. Die Minen sind... Bälse, Bälse, Bälse. Boden ausrichten, aha. Ist doch easy, Alter. Terranova, Raumdock. Kann es sein, dass die Mine mich verfolgt? Oh nein. Wow, wow, wow. Digga, das sieht aus wie die... LOL. Das sieht aus wie das Bild von der USG Ishimura. Guck, das sieht wirklich so aus wie die USG Ishimura. Naja. Oh, und die USG Ishimura war von den Japanern, ne? Äh, wohin müssen wir denn jetzt? Ich hab ganz kurz... Nicht, stimmt. Wir müssen da hoch irgendwie. Da irgendwas machen. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greedy ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Wir sollten uns mal ansehen. Hier, irgendwie... Sie kümmern sich um den Antrieb. Oh nö, wir müssen nicht. Was? Oh oh, wir werden verwecken. Werden wir nicht. Hä? Ah, guck mal, das sind CO2... ...Peile. Das ist ja jetzt egal. Wie kommen wir denn da? Egal, Mann. Kann man seinen Sauerstoff ausbilden. Okay, also so, okay. Passt. Da. Komm jetzt. Kurz. Wo bist du? Ah, wo müssen wir denn hin? Geh auf den Boden, Mann. Da gibt's doch was. Da rennen. Hoffentlich nicht wieder so eine optionale Mission, ey. Kann man hier überhaupt weiter? Kannst du mir sagen, wo ich genau bin? Ach, da. Da bist du. Komm jetzt. Naja. Würdest du bitte jetzt kommen? Alter! So, ich bin da. Nein! Ich will nicht da sitzen! Oh, Mann. Nicht, 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 nicht. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Ich bin schon drinnen. Ich nehme auf. Also darf ich vorne sitzen. Ich nehme auf. Na gut. Na gut. Ja, warte mal. Wie geht man hier auf? F, 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 F. Meine Sauerstoffanzeige ist ja weg. So, Nummer eins hier. Ah. Sieht doch genauso aus. Tag. Tag. Warum ist deine Aussicht... Hä? Sieht doch genauso aus wie vorne. Pst, ganz ruhig bleiben. Es geht um die Tatsache, dass ich vorne sitze. Ach, Sozialstück. Oh Mann, du Kleinkind. Schon komisch, dass uns nicht dieser Schrotthaufen da anhittet oder so. Nein. Wir umgehen die ganz gekonnt. Mhm. Guck mal, wie wir einparken, ey. Ist ja richtig krass. Ja, das ist ja klar jetzt, aber... Ja, aber wie, wie gut wir einparken. Nicht, dass wir irgendwo anstoßen oder so. So. Wo mitten wir jetzt hin? Da erst mal. Ist echt geil gemacht dort. Äh, das ist das Spiel. Schon so, da gibt's was zu holen. Trotzdem extremst linear, finde ich. Ist er das? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich hab alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparaturbucht bringen können. Da gibt's so ein Ding, wie beim Anfang, wo wir holen mussten. Ah, das ist so ein Luftbehälter. Junge, ich brauch eigentlich nicht so ein Teil. Das gibt's auch dort, ne? Alter, nicht dein Ernst, ne? Was? Was denn? Boah, ich hab... Wir schleppen jetzt das ganze Ding hier. Musst du jetzt da rein, oder was? Ganz kurz, kannst du mal ganz kurz auf mich warten? Hä, was ist das denn? Wer ist das? Bist du das? Nein, bist du nicht. Ich bin ganz woanders, warum? Hallo. LOL. Da, müssen wir was machen. Der lebt ja. LOL. Hä? Wir müssen irgendwas machen, aber was, weiß ich nicht. Was denn das so ein Psycho? Vielleicht der Kommandant da, dieser... Wir müssen da rein, guck mal von vorne. Glaub ich mal. Nein, da muss man was raus machen. Und jetzt können wir da rein. Oder auch nicht. Ah, nee, das sieht total wichselig aus. Ich glaub dann... ich glaub nicht, dass wir da rein gehen. Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fester einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Arschloch. Arschloch. Ach, das ist so... Ungewohnt, wenn man sich so dreht. Alles klar? Nein, nicht ganz. Wir werden die Liliputaner im Zirkus hin und hier gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreibe aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit vier abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Alles klar, mein Freund. So, was gibt es denn da so? Ich glaube, so langsam brauche ich wieder eine Sauerstoffflasche, ne? Ich hab noch zwei Minuten lang Luft. Passt. Ah, das ist ein soziales Stück. Nur weil du vorne sitzen willst. Ach. So, jetzt gehen wir mal da hin. Wo gehen wir jetzt hin? Da, wo wir hingehen müssen. Ah, okay. Da ist doch was. Da hat was geleuchtet. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt eigentlich? 18.43 Uhr. Ach, passt. Solange deine Festplatte nicht voll ist. Ich habe noch 300 GB frei, Alter. Ja, das reicht. Das reicht für ganz Dead Space. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da hin. Ich finde es so cool jetzt hier im Weltraum. Ich hoffe mal, dass hier keine Alienviecher gibt. Ja, das habe ich in Dead Space 2 auch gehofft. Ich wurde enttäuscht. Weiß. Da kamen verdammt viele von diesen Dingern. Minen. Ja, Minen. Pass auf. Hinter dir. Hinter dir. Chill mal. Wo müssen wir denn jetzt hin? Was will ich damit machen? Pocker. Ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. In der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay. Mal sehen, was ich finden kann. Ach, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten gibt es noch einen. Oh nein, wie gesagt, Alter. Ich habe es euch doch gesagt. Wir werden enttäuscht. Ich habe es euch doch gesagt. Wir werden enttäuscht.